Heute präsentieren wir euch eine Immobilie München-Bogenhausen. Ein Apartment mit ca. 35 Quadratmetern, welches vom Senior, der 84 Jahre alt ist, bewohnt wird. Der Senior wünscht sich noch ein lebenslanges Niesbrauchsrecht an der Immobilie, welches im Grundbuch eingetragen wird. Ihr bekommt das Apartment im Wert von 290.000 Euro zum Kaufpreis von 195.000 Euro. Das absolute Highlight ist auch, dass der Senior weiterhin alle Kosten, die an der Immobilie entstehen, übernehmen wird. Das gibt euch absolute Planungssicherheit und Kalkulationssicherheit für die Zukunft. Ein gutes Highlight ist dieses Swimmingpool auf dem Dach des Hauses und einem 360-Grad-Blick über die gesamte Stadt. Und natürlich den Blick in die Alpen. Und natürlich den Blick in die Alpen.